Was macht Sinn für die Zukunft? Was ist nachhaltig? Was macht unsere Kultur, unsere Gesellschaft besser? Das ist entsprechend auch das, was mich antreibt, einen Schneeball-Effekt quasi in der Richtung schon tatsächlich hier im Landkreis auch zu initiieren, der dann eben einen großen Hebel hat. In den letzten 40 Jahren hat AquaConcept über 250 innovative Produkte zur Wasseraufbereitung entwickelt. Das Herzstück bilden die Green Products, die dieses Jahr über 25 Prozent an Umsatzwachstum verzeichnen. Das heißt, wir können über nachwachsende Rohstoffe, die wir dort in diesen Produkten einsetzen, eben entsprechend auch CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre abbinden und in technischen Produkten sehr sinnvoll zum Einsatz bringen für die Zukunft. Die AquaConcept denkt schon sehr, sehr weit voraus und entwickelt jetzt schon Produkte, die erst in fünf oder zehn Jahren dann auch tatsächlich erst eigentlich überhaupt vom Markt her gefordert und gewünscht sind. Nachhaltigkeit ist hier viel mehr als nur ein kurzfristiges Trendthema. Mit einer Emissionssenkung von rund 40 Prozent in den letzten fünf Jahren ist das Unternehmen aus Greffelfingen Vorreiter beim Klimaschutz. Sein Anliegen ist es, von der Lernkurve, die wir gemacht haben, eben auch andere Unternehmen entsprechend profitieren zu lassen. Die Innovationskraft zieht das Team aus seiner Technikbegeisterung. Und dass wir eben grundsätzlich immer eine Lösung versuchen zu schaffen, nach dem Motto, geht nicht, gibt es nicht. Aber immer zusammen, nie alleine. Das hat uns eigentlich relativ schnell weit nach vorne gebracht.